Viele haben so ein leichtes Kribbeln auf der Zunge, wenn sie Ananas essen. Spürt ihr das auch? Jetzt, wo du es sagst. Das Kribbeln kommt, weil die Ananas Eiweiße aufspaltet, also teilt. Schaut euch mal das Fleisch an. Okay, also ich sehe keinen Unterschied. Oha! Oha! Das ist irgendwie so braun geworden fast. Irr, das ist wie Matsch. Oha, ja. In der Ananas gibt es ein Enzym, also einen Stoff, der Bromelain heißt. Und der spaltet das Eiweiß im Fleisch. Es macht das Fleisch ganz langsam weich und matschig, weil im Fleisch viel Eiweiß steckt. Spüren wir beim Ananas-Essen ein leichtes Kribbeln auf der Zunge, versucht das Bromelain seinen Job zu machen, Eiweiße zu spalten.